Seit wir alle nicht mehr rausgehen und uns alle nicht mehr sehen, steh ich gerne hier am Fenster, schaue runter auf die Straße und ich spür die Zeit vergehen. Manchmal sehe ich dort Menschen, die allein spazieren gehen und dann schaue ich ihnen zu und versuche durch ihre Schritte, ihre Stimmung zu verstehen. Was mir Schwierigkeit bereitet, ist nicht, nicht aus dem Haus zu gehen. Es ist mehr, dass ich nicht weiß, wie es den Menschen, die ich liebe, mit der Sache geht. Was mir Schwierigkeit bereitet, ist nicht, nicht aus dem Haus zu gehen. Es ist mehr, dass ich nicht weiß, wie es den Menschen, die ich liebe, mit der Sache geht. Das ist mehr, dass ich nicht weiß, wie es den Menschen, die ich liebe, mit der Sache geht. Das ist mehr, dass ich nicht weiß, wie es den Menschen, die ich liebe, mit der Sache geht. Vielen Dank.